Ein herzliches Willkommen an Sie alle hier im Bürgerhaus Laucher-Lauregger zur Veranstaltung politische Justiz in unserem Land. Wir möchten Ihnen kurz vorweg den Anlass und den Verlauf des heutigen Abends vorstellen, sowie die Referenten und Moderatoren. Für die Initiative VK21 ist das Komelia Gebel. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Feyinger für den Kopfbahnhof. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema politische Justiz? Das liegt ja jetzt nicht direkt neben dem Kopfbahnhof. Und ich denke, wenn Sie draußen rumfragen, sagen 100 von 100 Leuten, politische Justiz gibt es in unserem Land nicht. Die ein oder zwei, die das vielleicht anders sehen, die sitzen jetzt hier drin oder interessieren sich zumindest dafür und haben ein Fragezeichen. Ich denke, dass viele davon ausgehen, dass mit den Nürnberger Prozessen dieses Thema in Deutschland erledigt, sich erledigt hat. Damals waren zum Beispiel die Juristen, die daran beteiligt waren, an der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit und des Faschismus, waren sehr entsetzt und schockiert darüber, dass ein Rechtssystem sich so prozituieren konnte, und zwar zur Erreichung, wie Sie es nannten, von verbrecherischen Zielen. Und dass dies ein Element des Bösen in einen Staat hineinbringt. Wir haben das möglicherweise nicht vollständig überwunden, das ist eine Frage. Ich erinnere mich als Jugendliche an Berufsverbotsprozesse und Radikalerlass. Wir wissen heute, dass Dinge, die wir tun, um Student 21 zu verhindern, auch böse sind, in den Augen derer, die das gerne durchsetzen wollen und ihre Interessen wahren. Die Frage ist, gibt es eine unabhängige Justiz, welche Mechanismen wirken, offen oder verdeckt, und in wessen Interesse wird dieses Recht gesprochen. Jetzt gehe ich an Christine Wedekind von der Initiative ISA weiter. Wir sind zunächst ja eigentlich ein heimatkundlicher Verein, weshalb kommen wir dann überhaupt auf dieses Thema. Das speist sich daraus, dass wir uns schon seit 16 Jahren sehr stark für das Thema bessere und mehr Bürgerbeteiligung hier im Stadtbezirk einsetzen und bei den Aktivitäten in unseren letzten Jahren den Eindruck gewonnen haben, dass sich einerseits die Bürgerschaft viel stärker in die Gestaltung ihres Umfelds einbringen möchte, aber andererseits durch subtile staatliche Mittel, wie zum Beispiel investorengelenkte Beteiligungsverfahren, feiner Stichwort Aurelis, aber auch durch obrigheitliches Handeln, wie zum Beispiel auch die Beschaffung leistungsfähiger Bespitzungs-, Überwachungs- und Repressionsmittel, absurden Demonstrationsauflagen und regelrechten Schauprozessen, eigentlich die aufmerksame Bürgerschaft davon abgehalten werden soll. Sie haben das sicher mitverfolgt. Wir hatten hier diesen 30. September 2010 im Schlossgarten. Anschließend hat die Bundesregierung Wasserwerfer beschafft, die noch einen höheren Wasserdruck ausüben können. Als aufgeklärter Bürger fragt man sich deswegen immer häufiger, ob es eigentlich so etwas wie die Gewaltenteilung bei uns noch gibt, ob die Checks und Balances funktionieren, also Grundprinzipien unseres Staatenwesens. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute auf das Thema der dritten Gewalt eingehen können. Welche Vorstellungen haben wir von Recht und Gesetz? Welche Erwartungen haben wir an unsere Gerichtsbarkeit? Wie wird davon an verantwortlicher Stelle umgegangen? Wie erleben die Angeschuldigten, die Anwälte, die Richter ihr eigenes Handeln? Und was motiviert sie eigentlich so zu handeln, wie sie es tun? Und da ist es sehr schön, dass wir heute hier mit Ihnen zusammen zum einen Dieter Reichert begrüßen dürfen als ehemaligen Vorsitzenden Strafrichter des Landgerichts Stuttgart, zu seiner Rechten den Rechtsanwalt Jörg Lang, also zwei äußerst sachkundige Praktiker hier haben, mit Jürgen Bartle als Redakteur der Wochenzeitung Kontext und ehemaligem Polizeireporter der Stuttgarter Nachrichten sowie auch ehemaligem Chefredakteur der Filterzeitung, damit auch einen Vertreter der vierten Gewalt, also auch die Auseinandersetzung, wir nehmen Medien bestimmte Themen auf, wie gehen sie damit um, betrachten können. Gemeinsam mit weiteren Autoren haben sie im Herbst 2013 das Buch Politische Justiz in unserem Land herausgegeben, das übrigens, soweit wir wissen, bisher von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten konsequent ignoriert wird. Genauso auch die Veranstaltung heute Abend, sie ist in der vierten Zeitung nicht angekündigt worden. Hunde impfen, Kleinzüchterverein, das bekommen sie alles in der Führerzeitung. Vom Ablauf her hatten wir gedacht, dass wir Ihnen zusammen die Möglichkeit geben, zunächst drei Vorträge in und um das Buch zu hören, jeweils auch mit Ihren Verständnisfragen dazu, dass wir dann nach circa einer Stunde eine Pause machen, auch für Buchverkauf, signieren, Informationen, Kleinigkeit zu trinken und zu essen, und dann nach der Pause circa 20.30 Uhr in eine gemeinsame Diskussion einsteigen, nämlich rund um das Thema politische Justiz. Es sind einige im Raum, die auch schon selbst ihre Erfahrungen machen durften. Es gibt mit Sicherheit eine spannende Diskussion und freundlicherweise hat sich Franz Schmeller bereit erklärt, diesen Diskussionsteil dann auch zu leiten. Herr Hänsel von KAMS21 will den Abend aufzeichnen. Wenn Sie bei der späteren Diskussion Ihre Frage oder Anmerkung gerne ohne laufende Kamera stellen möchten, dann machen Sie einfach vor Ort kurz darauf aufmerksam, dann wird die Aufzeichnung an der Stelle beendet. Also da wird auf jeden Fall Rücksicht genommen. Jetzt geht es aber wirklich los. Können wir auch gerne, dass Sie das Mikrofon geben? Also zunächst mal, wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Stuttgart 21, die Bewegung gegen Stuttgart 21 war eine wesentliche Grundlage und die Auseinandersetzung, die dann alsbald zwischen dem Protest gegen Stuttgart 21 und den Menschen, die sich für diesen Protest engagiert haben, unter Staatsgewalt auftrat, mit einer Fülle auch von juristischen Verfahren, sehr zweifelhaften Charakters und dann auch Verurteilungen, wobei sich ein in der Zwischenzeit ja in den Ruhestand vorzeitig getretener Oberstaatsanwalt, Häusler war der Name, besonders hervorgetan hat. Und da waren also viele Leute durch Empörung und haben auch gesagt, da muss man mal was zusammenfassendes schreiben, insbesondere gegen den Häusler. Die Idee kam vor allem auch von der Initiative Die Anstifter hier in Stuttgart und dann auch von Kontext, also dieser alternativen Wochenzeitung, die es ja inzwischen in Deutschland, also für Deutschland eigentlich einmalig in so einer Großstadt, wie diese Form gibt und die sich auch im Grunde im Zusammenhang mit der Protestbewegung entwickelt hat. Das muss man ja auch immer im Auge behalten. Sie alle wären wahrscheinlich auch nicht da, wenn es diese Protestbewegung nicht gäbe. Wir haben dann eigentlich sehr bald gefunden, dass das nicht allein auf Stuttgart 21 fokussiert werden kann. Dazu ist das zu singulär, Sondern es hat natürlich im Gesamtsystem des Funktionierens von Herrschaft, wirtschaftlichen Interessen, Justiz, auch Beispielcharakter, diese Auseinandersetzung juristischer Art. Und je mehr wir uns mit beschäftigt haben, sind wir auch dazu gekommen, dass es historische Vorläufer gibt oder dass es nicht singulär im historischen Sinn in Deutschland ist, sondern dass es eine ganze Fülle von politischer Justiz, sage ich jetzt doch schon den Ausdruck, in der Vergangenheit in Deutschland gegeben hat, auch in der rechtsstaatlichen Bundesrepublik. Und das war dann auch der Grundform in Diskussionen mit anderen Anwälten und sonstigen Interessenten, wir eben das Thema erweitert haben und schließlich zu dieser sehr vielfältigen Publikation kam, die sich zwar einerseits mit Stuttgart 21 auseinandersetzt, aber eben doch auch parallel sieht, historischer Art und zu vielen anderen Aspekten politische Justiz in unserem Land. Und wer das dann mal zusammenfassend sieht, das war die Herr Tatelblatt-Möhle, die hat dann auch das Vorwort geschrieben, die frühere Bundesjustizministerin, die war selber ganz schockiert, wenn sie das mal so in Bündel sieht, was hier doch eigentlich alles möglich ist in diesem Land und was schon geschehen ist und was auch Tradition hat. Es waren dann eine ganz verschiedene Art von Leuten, haben hier geschrieben, Journalisten, Richter, Rechtsanwälte, eine Justizministerin, Betroffene jeder Art und von daher kam dann auch, ja sage ich mal, ein Bouquet ganz verschiedener Schreibensweisen und Angehensweisen, Sichtweisen zusammen, die das Buch auch sehr lesenswert macht oder sie haben schon fast auch einen gewissen Unterhaltungswert dem Buch verleiht. Das dazu, wie es zustande kam und dann würde ich jetzt gerne anfangen mit dem Eingangsbeitrag, der ja auch sozusagen der Leitbeitrag in dem Buch ist, nämlich zur politischen Justiz in unserem Lande. Sie haben es vorher schon gerade gesagt, politische Justiz in Deutschland, Gottes Willen, sowas gibt es vielleicht, gab es mal in Nazizeit oder gibt es in Archangelz oder in Volkina oder sonst noch was noch nicht. Wenn man genau hinguckt, dann gibt es sehr wohl bei uns auch Elemente der politischen Justiz, wobei wir, und das möchte ich ganz klar sagen, das ist auch die Erfahrung meiner politischen Lebensgeschichte und auch meiner russischen Tätigkeit, man die Errungenschaft des Rechtsstaats in Deutschland nach der Niederlage des Faschismus und seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht geringschätzen darf. Wir können goldfroh sein, dass wir diesen Rechtsstaat haben und müssen alles tun, damit wir uns ihn erhalten können. Aber so ein Rechtsstaat ist nicht etwas, was ein für alle Mal geschaffen wird, sondern das muss immer wieder neu auch erfrungen werden und vor allem muss sich ein Rechtsstaat auch der Kritik stellen. Er muss transparent sein, die Entscheidungen zur Diskussion stellen und nicht dagegen wieder mit Repression vorgehen. Das ist ganz wesentlich, weil ohne demokratische Kontrolle kann der Rechtsstaat letztlich nicht leben. Das ist auch so eine Erfahrung. Ganz abgesehen von der Entwicklung und der Auslegung des Rechts, die eben keine feste Geschichte ist, sondern eine variable Geschichte ist. Was ist politische Justiz? Politische Justiz auf und die politische Beeinflussung von Organen des Rechtsstaats, insbesondere der Justiz, hat verschiedene Ausprägungen und Intensitätsgrade. Dabei soll in der vorstellenden Publikation die Betrachtung des Auftretens und der Ausformung der politischen Justiz nicht nur, und so bitte ich dann auch, die Beiträge zu verstehen und den Begriff der Justiz, nicht nur beschränkt werden auf das Gerichtswesen, sondern auch auf die Polizei und die Ordnungsbehörden und die Ermittlungsbehörden, insbesondere auch auf die Staatsanwaltschaft. Und außerdem werden wir dann auch uns mit dem Thema die Untersuchungsausschüsse, die ja eigentlich ein parlamentisches parisches Instrument sind, auch beschäftigen. Unter politischer Justiz im engeren Sinne verstehen wir zunächst eine Erscheinungsform in nicht rechtsstaatlich verfassten Staaten, bei denen die entsprechenden Organe, insbesondere die Gerichte, abhängig beziehungsweise nur scheinbar unabhängig sind von der politischen und wirtschaftlichen Herrschaft und deren Instrumenten einschließlich von Parteien, Verbänden, Lobbygruppen oder Oligarchien. Hier kontrolliert und reguliert die Justiz nicht anhand der Gesetze die staatliche Herrschaft beziehungsweise die Ausübung von politischer, polizeilicher, militärischer und wirtschaftlicher Macht, sondern wird umgekehrt von deren Institutionen und Instrumenten kontrolliert und reguliert. Eine solche politisch abhängige Justiz ist auch inhaltlich nicht der materiellen Gerechtigkeit, insbesondere auch nicht einer verfassungsmäßigen Grundordnung mit Grund- und Menschenrechten verpflichtet. Oder kann diese nicht garantieren, dass eine solche Perversion von Justiz nicht nur in historischen Zeiten oder unterentwickelnden Ländern denkbar ist, hat Deutschland insbesondere mit der totalitären Ausformung des hochorganisierten NS-Verfolgungs- und Verbrechensapparats und seiner in völlig willfährigen Justiz gezeigt. Dabei ist auch immer wieder erschreckend und zugleich lehrreich, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Diensteifer eine zuvor jedenfalls äußerlich rechtsstaatlich verfasste Justiz sich beispielsweise der NS-Herrschaft im Wesentlichen widerstandslos unterwarft. Ja, ihr teilweise noch den Weg bereitete und dann nach der Machtergreifung 1933 dieser Herrschaft in vielfacher Weise mit menschenrechtswidrigen und menschenverachtenden Entscheidungen zu dienen beziehungsweise sie durchzusetzen zu helfen. Aber es gibt eben Elemente politischer Justiz beziehungsweise politischer Rechtsauslegung auch in einem Rechtsstaat wie in der Bundesrepublik. Und es gehört gerade zu den Aufgaben eines Rechtsstaates und der intragenden Organe dass sie sich dessen immer wieder bewusst werden und es nicht leugnen. Weil ein Element politischer Justiz ist immer auch dass sie die Existenz der politischen Justiz leugnet und ihre angebliche reine Objektivität und reine Verbundenheit gegenüber dem formalen Recht immer wieder betont. In Wahrheit und das muss sich jede und jeder von uns klar machen stellt das Recht auch in einem rechtsstaatlichen organisierten Staatwesen mit einer verfassungsmäßigen Grundordnung an sich schon kein monolithisches und in sich feststehendes unwandelbare System dar. Seine Umsetzung und Auslegung und seine praktische Anwendung im Einzelfall unterliegen vielmehr einem ständigen Wandel und vor allem der Anpassung an den Wandel von gesellschaftlichen und politischen Anschauungen und Interessen und die Auseinandersetzungen hierüber. Sie sind also durch einen sogenannten Kampf ums Recht geprägt, wie der bekannte Rechtslehrer, der streiches deutscher war er, Rudolf von Ehring schon im Jahre 1872 ein bekanntes Buch formuliert hat. Was sind die Gründe und die Instrumente dafür? Zunächst mal ist das Recht gespickt mit einer Fülle von sogenannten unbestimmten Rechtsbegriffen, die im Grunde ausgelegt werden müssen und ausgelegt werden durch wen? Durch Menschen und je nach ihrer gesellschaftlich bestimmten und schichtenspezifischen bestimmten Anschauungen und natürlich auch nach dem sogenannten Zeitgeist. Ich bringe hier immer wieder das eine Beispiel, das so frappierend ist. Als ich ein junger Referendar war nach dem Studium, musste ich ja auch bei der Justiz meine Referendariatszeit machen und da war ich beim damaligen Vormundschaftsrichter bzw. ist das der Familienrichter und da wurde uns vorgeführt vom Jugendamt eine vorläufig eben nicht in Haft aber in Obhut genommene junge Frau die war knapp 18 Jahre alt. Damals war noch die Volljährigkeit war noch bei 21 Jahren. So, warum ging es? Diese junge Frau sollte in Fürsorgeerziehung geschlossene Fürsorgeerziehung genommen werden. Warum? Sie hatte nämlich eine Beziehung zu einem Freund eine feste ständige Beziehung zu einem Freund. Der Vater war dagegen die Mutter hat regelmäßig dann einfach wenn so ein auch gewalttätiger Vater damals da war sich im Grunde zurückgehalten. Der Vater hat seinem Mädchen das unter gesagt. Sie hat nicht gefolgt wie man so schön sagt damals also hat er sie geschlagen. Er hat ihr auch Hausarres gegeben sie ist dann abgehauen und zu ihrem Freund. Der zentrale Punkt war so hat die Jugendamt argumentiert dass diese Situation wo ein knapp 18 jähriges Mädchen bei seinem Freund lebt gegen das Wohl des Kindes verstoßt. Zentraler Begriff der Schutz der Aufgaben des Jugendamts heute auch noch. Der Begriff des Kindes Wohls ist nach wie vor maßgeblich und das Inhalt der innerlichen Sorge ist der Schutz des Kindes Wohls genauso wie die Aufgabe Jugendamts also musste man das Mädchen doch vor dem Verderbnis schützen zu seinem Wohl und in Fürsorge Erziehung bringen. Jetzt nehmen wir mal die Situation heute. Ich habe eine 17 halbjährige Tochter die hat einen Freund das weiß ich wenn ich der verbieten würde dass sie beziehungsweise da auch mal zu Nacht bleibt erstens würde die mir was husten und nicht ich ihr sie macht mich beim Dom also ich hätte Gefahr dass ich vielleicht eine kriegen würde das ist kräftig aber vor allem wenn ich sowas machen würde und sie schlagen würde dann würde sie zum Jugendamt gehen und das Jugendamt würde ein Verfahren nach 1666 verfolgende BGB beziehungsweise Paragraf 41 42 verfolgende Jugendwohlfahrtsgesetz also heute SGB VIII Jugendhilfegesetz einleiten und eventuell den Eltern insbesondere mir die elterliche Sorge entziehen beziehungsweise die einschränken und das Offenhaltsbestimmungsrecht dahingehend auslegen dass das Jugendamt entscheidet wer wo sie bleiben kann und sie kann natürlich bei ihrem Freund bleiben das ist eine feste Beziehung sie geht in die Schule sie macht alles was soll das Kindeswohl gefährdet sein der Begriff hat sich null geändert das BGB hat sich null geändert die Aufgaben der Jugendhilfe haben sich insoweit null geändert abgesehen davon dass es die geschlossene Führung das ist ein schlagendes Beispiel dafür dass auch Richter und das Recht und die die es anwesend auch die Behörden natürlich dem Wandel der Zeit unterlegen und nicht so tun sollen als ihre Auslegung der Gesetze vom Himmel gefahren sei oder ihnen sozusagen im Studium vermittelt worden sei im juristisch Formatstudium das gilt natürlich umso mehr bei Begriffen die etwa nun im Zusammenhang mit politischen Auseinandersetzungen überwenden Strafrecht es ist da der Begriff der Gewalt der dauernd eine Auseinandersetzung hervorruft es ist der Begriff der sogenannten Verwerflichkeit der Anwendung von Gewalt oder von Drohung mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel was ist empfindliches Übel dieser Begriff hat im Zusammenhang mit dem Nötigungs § 240 eine große Rolle gespielt wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung Duldung und Unterlassung nötigt wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft rechtswidrig ist die Tat wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist ja was ist das wer entscheidet es dieser Paragraf ist sehr stark instrumentalisiert worden gegen die Anti-Atrom Raketenbewegung die Pershings die ganzen Demonstrationen nochmals die in Engstingen oder auch in Zürich Mühlen stattgefunden haben Mutlangen sind über diese Sache gelaufen und es gab eine ganze Reihe von Amtsrichtern oder Staatsanwälten die das angeklagt haben und auch nur zeitweise Blockaden oder Unterbrechungen des Zufuhrverkehrs als rechtswidrig Nötigungen angesehen Es hat eine ganze Reihe von Prozessen bedurft bis schließlich Bundesverfassungsgericht diese generelle Verfolgung so nicht gesehen hat sondern gesagt hat ja verwerflich da muss man schon die Ziele wofür die kämpfen und da sitzen und was sie verhindern wollen muss man abwägen gegen die Art ihres Verhaltens und dann eben zum Ergebnis kam dass das doch weitgehend jedenfalls bei Kurzblockaden nicht verwerflich sein spielt immer noch eine Rolle bei Eukom hier in Vahingen bei den Protesten und den entsprechenden Blockaden spielte jetzt in Stuttgart 21 wieder eine ganz starke Rolle bei der Verfolgung von Sitzblockaden zum Beispiel bei den Bäumen bei Warnfähigungen also da war das wieder relevant und da wurde auch der Gewaltbegriff von dem Oberstaatsanwalt Häusler zum Teil exzessiv und auch von der Rechterin zunächst mal exzessiv die heute nicht mehr dran ist die musste ja dann gehen da kann er nochmal vielleicht dazu was sagen da wurde dann auch erklärt wie sie regiert war über ihren Mann wie Rappus dann auch und die hat da erstmal richtig reingeschlagen sodass man also zum Ergebnis kam dass zum Beispiel wenn sich da war glaube ich einmal hat sich jemand in den Beton eingegossen da war dann die Frage ein Arm das war Gewalt dass man sich den Arm eingießt Gewalt gegen Staatsgewalt und insofern war das dann Widerstand gegen Staatsgewalt oder auf jeden Fall Nötigung also nehmen wir den Begriff der Landesverteidigung Landesverteidigung in der Zeit als die Wiederbewaffnung eingeführt worden ist war was völlig anderes als das was aus Bundesverfassungsgericht heute mit der Landesverteidigung versteht Landesverteidigung das hat man uns geschworen als ich Junge war wir waren der SPD damals Notstandsgesetzgebung Wiederbewaffnung niemals wird es irgendwie im Ausland sein nie nie wir wollen nur rein defensiv unseren Bundesrepublik vor dem Angriff aus dem Osten schützen Russie droht die Heure ja auch wieder droht und da braucht man dagegen die innere Landesverteidigung heute denkt man drüber nach denkt man drüber nach ob man diese Bundeswehr vielleicht sogar in der Ukraine einsetzt da wird drüber nachgedacht ganz abzielt vom Hindu-Kusch von Malum und wo immer das ist alles Landesverteidigung ich will damit nur sagen gerade im politischen Bereich gibt es eine Fülle von Auslegungsbegriffen wo man sich hüten muss zu glauben als ob das vorgegebene Interpretationen sein sondern das sind menschliche Interpretationen politisch geprägte Justiz ist dann auch vor allem im Verfahrensrecht sehr deutlich auszumachen also gibt es auch im Buch eingehend dargelegt etwa die Frage ob eine Staatsanwaltschaft anklagt oder nicht der bekannte Europäer Staatsanwalt Häusler hat nicht nur mit großer Verbissenheit über Jahre hinweg und alle Instanzen Leute verfolgt die Aufkleber oder Plaketten mit durchgestrichenen Hakenkreuzen dargestellt haben getragen haben da wurden dann auch im Gefolge Büchertische geräumt von der Polizei die hat die entsprechende Ordnungen Anordnungen gekriegt weil das rechtswidrig sei das sei nämlich Propaganda für Nazi-Symbolien die seien ja verboten es bedurfte einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs letztlich dass er dann im Grunde der Justiz gesagt hat oder Staatsanwaltschaft Stuttgart also habt ihr noch eine im Schrank so steht es zwar in dem Urteil nicht drin aber es liege doch auf der Hand dass das genau das Gegenteil von der Propagierung von Nazis und Provenzen der gleiche Staatsanwalt Oberstaatsanwalt Häusler hat aber über etwa 8-9 Jahre lang es nicht vollbracht Anklage zu erheben gegen die überlebenden Täter Nazi-Täter SS-Kommandos bei dem Massaker die sind bekannt das sind die Akten da bei dem Massaker von St. Anna die Stasse war in Italien man wartet offensichtlich auf eine biologische Lösung aber das Frage ist doch warum bringt man das nicht mal zur Anklage warum das sind politische Entscheidungen Heino Schanova der frühere bekannte Strafrechtler und Strafverteidiger die ganze Fülle von politischen Prozessen in der Nachwuchszeit mitgeführt der hat die politische Justiz auch so definiert dass er gesagt hat politische Strafjustiz ist dadurch gekennzeichnet dass ihre Ergebnisse von politischen Bewusstseins von politischen Bewusstseins Haltungen bestimmt werden diese Bewusstseins Haltungen entsprechen in der Regel auch der Einstellung des Richters und ersparen ihm durch die Wohltag der Rechtsblindheit jede Gewissensbelastung wegen ungerechter Urteile Ziel des Prozesses ist nicht die Findung einer materiellen Wahrheit sondern die formale Bestätigung der bei ihm vorgegebenen Freund-Feind Unterscheidung also muss die zu dieser Freund-Feind Unterscheidung passende Wahrheit hergestellt werden die Mittel dazu bieten der Grundsatz der freien Beweiswürdigung dem bei Bedarf durch gezielte und G- und Strafprozess Ordnung auch nachgerufen wird ein ganz wesentliches Element eine Chanova hat es in verschiedenen Büchern auch dargelegt ist die fehlende Bewältigung der NS-Justiz ich will jetzt nicht und das ist eine Belastung des deutschen Rechtsstaats bis heute und auch der deutschen Richterschaft dass man es einfach nicht geschafft hat das wirklich aufzuarbeiten die Verbrechen der NS-Justiz ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht doch mal einen Fall nur nennen das sogenannte Rehseurteil Rehseurteil Rehse war ein der stammt aus den 68er Jahren oder der Prozess ging schon ein bisschen vorher los das war eines der Versuche in S-Juristen sozusagen zu verurteilen Post Postfestung der Freisler der war ja schon vor dem Zusammenbruch dann ums Leben gekommen bei einem Mordenangtriff aber Rehse war einer seiner Beisitzer der an Hunderten von Todesurteilen 231 Todesurteilen mitgewirkt hat und dem man dann versucht hat wegen Beihilfe zum Mord auch einen Prozess zu machen ist gescheitert weil die Richter einfach gesagt haben das war damals recht und der hat sich formal richtig verhalten in einem von Richter Rehse mitverantworteten Todesurteil vom 14. 10. 1943 gegen den katholischen Priester Max Josef Metzger der ein internes Manifest an einen schwedischen Bischof über eine demokratische Staatsordnung für Deutschland nach dem Krieg gesandt hatte und das wurde abgefangen hatte es geheißen in dem Urteil hat es geheißen jeder Volksgenosse weiß dass ein solches Ausscheren eines einzelnen Deutschen aus unserer Kampffront eine ungeheuerliche Schandtat ist ein Verrat in Richtung auf Defettismus ein Verrat den unser gesundes Volksempfinden für todeswürdig hält offizielles deutsches Urteil und dieser Richter ist nach dem sogenannten Umsturz nach der Beseitigung des Faschismus nie verurteilt worden das muss man sich mal klar machen die deutsche Justiz hat es nicht geschafft sich auch personell und inhaltlich von diesen Urteilen zu distanzieren das haben wenigstens Großkonzerne mit großer Verzögerung geschafft Deinler hat Sachen oft gearbeitet andere Konzerne auch aber die Justiz hat es nie geschafft Politische Justiz in Baden-Württemberg Wie ist es hier um unsere Justiz bestellt Hier ist es interessant dass eigentlich Baden-Württemberg oder Württemberg-Baden zunächst das Musterländle des Liberals durchaus nach dem Faschismus Fortschritte gemacht hat und auch beispielhaft in Verfassung und auch Rechtsprechung und Gerichtswesen Gesetzgebung zu einem demokratischen Staatswesen beigetragen hat da hat zum Beispiel der im Buch auch erwähnte Richard Schmid der war früher mal vor dem Krieg Mitglied der gleichen Partei wie Willy Brandt also einer linkssozialistischen Partei der war hier im Justizministerium Staatssekretär unter Reinhold Mayer und der war später Präsident vom Oberlandesgericht und oh Wunder der war Generalstaatsanwalt Kölnstück und Richard Schmid hat eine Fülle von Publikationen auch geschaffen und hat auch zum Beispiel gegen das Berufsverbot geschrieben was hier auch ein Artikel in diesem Buch mit drin ist der war müdlich damals und erst nach Reinhold Mayer und der großen Koalition oder Allparteien Koalition wie er da war ging es nach rechts da kam dann plötzlich ein Gebhard Müller ein stock konservativer Ministerpräsident der CDU und dann später eigentlich nur noch ja erst einmal wichtige NS-Juristen der Herr Filbinger der unsägliche vorher noch Dr. Kiesinger der war vorher ja genau bis er dann Bundeskanzler wurde ein NS-Täter in Tschechien und der Filbinger war Marienerichter mit entsprechenden Todesverteilen der wurde nach Ministerpräsident dieses Landes und die FDP hat sich dann immer mehr nach rechts entwickelt und von daher hat sich dann einfach auch politisch im ganzen Establishment der Politik aber auch der Justiz eine Personalpolitik durchgesetzt die nach rechts ging und die hat sich dann eben auch ausgewählt da kann ich jetzt mich erinnern an die Volkszählungsgeschichten da steht hier auch ein Buch drin im Buch und Artikel drin dann die Einsätze gegen Wiel Wiel gehen die Lichter aus hat er viel weniger getötet wenn Wiel nicht gebaut wird aber Wiel wurde nicht gebaut wurde verhindert durch die Protest die Justiz aber hat behauptet die Politik Wunau verfolgt alles das wird auf jeden Fall ist also staatsgefährdend im Grunde dann eben die die Geschichten Stuttgart 21 aber auch die Proteste gegen Eukon die Proteste Mutlangen es ist eine ganze Reihe Geschichte von Verfahren wo immer und das ist ja eigentlich das Schöne dass es doch in diesem Deutschland muss man immer wieder sagen eine ganze Reihe von starken politischen Bewegungen gegeben hat seit also seit ich denken kann gegen Notstand gegen Wiederbewaffnung gegen die Atombewaffnung und so weiter dann Atomkraft auch also wir haben schon offensichtlich ein ganz starkes demokratisches Potenzial in diesem Land auch da aber bisher wurde das in Baden-Württemberg eigentlich häufig als Gegner angesehen das mal irgendwie zu bekämpfen und damit sind wir natürlich bei Stuttgart 21 ich will jetzt da nicht alle Einzelheiten nennen da werden wir beispielsweise ja noch was dazu hören auch zu dem NBW-Deal von Mappus und dem Nicht-Eingreifen der Justiz zunächst mal auch Oberstaatsanwalt Häusler dann die Untersuchungsausschüsse wo der erste Untersuchungsausschuss gleich ganz schnell fertig war es gibt gar nichts ich will nun zusammenfassend abschließen insgesamt gilt dass sowohl historisch betrachtet wie auch heute jede entwickelte Hochkultur beziehungsweise jedes hochentwickelte Staatswesen immer auch ein differenziertes und vergleichsweise eigenständiges und unabhängiges Rechts- und Gerichtswesen entfalten hat und entfalten muss eben weil sie darauf angewiesen sind dabei ist gerade auch die institutionelle Unabhängigkeit der Justiz und dazu gehört auch ein Mindestmaß an politischer Unparteilichkeit Voraussetzung für das Funktionieren jedes hochentwickelten Staatswesens denn nur kann nur so kann der notwendige rechtssichere und nicht korrupte Ablauf der privaten und öffentlichen Rechtsbeziehungen garantiert werden dies gilt nicht nur für demokratische verfasste Staaten letztlich aber wird sich eine unabhängige Justiz in diesem Sinne und ein demokratisch geordnetes Gemeinwesen wechselseitig bedingen denn die Aufgabe der Justiz sollte eigentlich immer sein dass das Allgemeinrecht für alle gilt und über der politischen und wirtschaftlichen Macht steht deshalb ist sie aber gerade auch ausgesetzt dem Druck von dieser Macht ständig und wenn sie nicht unterstützt wird durch die demokratischen Kontrollinstrumente in den Medien aber auch die Öffentlichkeit dann gerät sie hier ins Hintertreffen auf der anderen Seite wird Justiz auch beeinflusst von demokratischen Bewegungen denken wir an die Rechtsprechung der Justiz zu den Protesten gegen die Atomwiederbewaffnung oder die Atomraketen denken wir an die Rechtsprechung der Justiz zu Stuttgart 21 die sehr wohl im Verlauf dieser Bewegung sich auch verändert hat und von daher meine ich dass eben hier eine Wechselbeziehung besteht zwischen einer Justiz die wie wir hoffentlich begriffen haben im Grunde immer politisch auch beeinflusst ist oder ob sie jetzt direkt offen parteipolitisch entscheidet oder politische Vorurteile bläht und einer demokratischen Öffentlichkeit Medien und außerparlamentarischen Öffentlichkeit natürlich auch seins der Parlamente Kontrolle durch Untersuchungsausschütze danke dann mache ich gleich weiter einen schönen guten Abend erstmal ich freue mich dass Sie alle da sind und vielen Dank auch für die Einladung damit Sie wissen wo ich heute den Tag zugebracht habe habe ich das da dran Sie sehen es jetzt auf die Ferne nicht aber das ist vom Landtag vom Untersuchungsausschuss heute da ich nachher auch was über Untersuchungsausschüsse vorlesen möchte kann ich vielleicht im Laufe des Abends auch zum heutigen Tag was sagen wenn Sie möchten ganz kurz damit Sie noch rechtzeitig gehen können falls Sie das schockt was jetzt als erstes vorlesen fange ich wieder mit dem Oberstaatsanwalt Häusler was der über mich geschrieben hat nur dass Sie vorgewarnt sind also ich habe einen Beitrag zum Buch geschrieben der heißt die Wahlenvorstellungen des Richters Err aus einem Aktenvermerk des Oberstaatsanwalts Häusler vom 9.11. 2010 bei mir ist der Eindruck entstanden dass Herr Reicherter eine Wahlenvorstellung entwickelt hat diesen Satz brachte der bekannte politische Ermittler nicht ohne Grund zu den Akten vielmehr ging es darum mich als Zeugen zum Geschehen vom 30.09. 2010 dem sogenannten Schwarzen Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten unglaubwürdig zu machen dieser Tag sollte zu einem Wendepunkt in meinem Leben werden bis dahin braver Richter und der Vorstaatsanwalt der gerade zum 1.09. 2010 in Ruhestand gegangen war und sein Leben genießen wollte ich wollte eigentlich all das machen wozu ich nie Zeit hatte im privaten Bereich auch daraus ist dann nichts geworden denn ich sah mich an jenem Tag plötzlich einer Staatsmacht gegenüber die sich aufführte wie im Krieg ich glaube anders kann das nicht ausdrücken einige von Ihnen waren sicher auch dabei ich komme dann gleich zum weiteren Verlauf meines Beitrags da geht es um die Rolle der Staatsanwaltschaft und ich wurde vorher als ich kam schon gefragt was denn unser Schwarzbuch macht mit einzelnen Fällen das ist noch in Bearbeitung haben der Rechtsanwalt Mann und ich die wir das Buch herausgeben wollen zurückgestellt im Moment noch zugunsten der Vorbereitung des Prozesses beim Landgericht gegen die zwei Führungsbeamten der Polizei sollen den Wasserwerfer einsetzen deshalb dauert es noch da werden viele Beispiele anhand von Akten aufgelistet werden aber ich will einfach jetzt mal in Kürze doch auf einzelne Dinge eingehen konkret muss ich immer wieder feststellen dass gerade die politische Abteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit verschiedenen Maßstäben misst auch hierzu ein Beispiel ein langjähriges Mitglied dieser Staatsanwaltschaft inzwischen ebenfalls im Ruhestand beobachtete nach seiner Schilderung am 30.09. 2010 im Schlossgarten wie ein Polizeibeamter gegen einen Bewusstlosen trat er stellte den Polizeibeamten zur Rede und erstattete Anzeige auf polizeilichen Videoaufnahmen ist zu sehen wie der pensionierte Oberamtsanwalt den Polizeibeamten zur Rede stellt weswegen dieser Polizist auch identifiziert werden konnte allerdings ist der Tritt selbst nicht zu sehen weil die Sicht durch andere Personen verdeckt ist das Ermittlungsverfahren wurde mit der Begründung eingestellt die Aussage des pensionierten Kollegen werde durch die Videoaufnahmen nicht bestätigt um es deutlicher zu sagen die Zeugenaussage wurde für unglaubhaft gehalten die Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung wurde dann vom Generalstaatsanwalt verworfen zu dieser Verfahrensweise meinten andere Kollegen ihnen komme es so vor als wolle die Staatsanwaltschaft bei derartigen Verfahren nicht Gründe für die Verfolgung suchen sondern Gründe man könnte auch sagen Vorwände für eine Verfahrenseinstellung Gegenbeispiele wie mit Projektgegnern umgegangen wird gibt es viele mir fällt die unbescholtene 60-Jährige ein die vor der Volksabstimmung mit abwaschbarer Straßenkreide auf einer Straße aufgefordert hatte am 27.11.2011 mit Ja zu stimmen also bei der Volksabstimmung und die wegen unerlaubter Sondernutzung der Straße verfolgt wurde oder der Demonstrant der im Winter mit einer Wasserpistole gegen einen Bagger gespritzt hatte wobei das Türschloss des Baggers vereiste und der wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht wurde besonders betroffen machte mich auch der Fall des Herrn M das ist ein Pechvogel der hat schon wieder einen Vorwurf vom Hals dazu sagt ja weil es nichts weil das noch ein laufendes Verfahren ist aber was er alles erlebt hat das habe ich etwas aufgelistet also der Herr M trägt denselben Nachnamen wie der Polizeibeamte der anlässlich seines Einsatzes am 30.09.2010 als Brüdelglatze bekannt wurde Herr M steckte sich einen Button an den er während einer Montagsdemonstration an einem Stand entdeckt hatte auf dem Button war sein polizeilicher Namensfilter abgebildet dazu stand zu lesen gewaltliebende brutale Schläger Cops verurteilen und ab in den Gnast in einem Regionalfernsehsender war eine Szene des Einsatzes dieses Polizeibeamten lange Zeit im Drehdorf vor den Nachrichten zu sehen Die Bild-Zeitung druckte ein Foto des Buttons unwidersprochen ab Herr M wäre deshalb nie auf die Idee gekommen er könne sich mit dem Tragen des Buttons strafbar machen Insbesondere ging er davon aus man dürfe ein Foto des Polizeibeamten ungefragt verwenden weil es sich um eine Person des öffentlichen Lebens handele Darin hatte sich Herr M allerdings getäuscht Er wurde wegen Beleidigung und Verletzung des Urheberrechts zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt während die Ermittlungsverfahren gegen den Polizeibeamten wegen seines Verhaltens am 30.09.2010 sämtlich eingestellt wurden denn dieser Polizeibeamte hatte ja vorausschauend in angenommener Notwehr gehandelt er wurde zwar nicht angegriffen aber er ging davon aus er werde angegriffen und hat vorsichtshalber zugeschlagen so etwas die Begründung dieser Einstellungsverfügung auch sonst hatte mein lieber Herr M Pech ein Polizeibeamter hatte seine Kamera wie sie später herausstellte zu Unrecht beschlagnahmt dem widersprach Herr M sofort da Oberstaatswalt Häusler jedoch die Akten mit dem Widerspruch nicht dem Amtsgericht vorlegte musste Herr M monatelang auf die Herausgabe werden obwohl er sich an den Innenminister und den Justizminister gewandt hatte unglücklicherweise wurde Herr M auch noch von einem Fahrzeug der Firma angefahren die im Schlossgarten am Grundwassermanagement arbeitet er erstattete noch am selben Tag Anzeige und legte ein ärztliches Attest über seine Verletzungen vor auch konnte er das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs angeben mit der Begründung möglicherweise habe Herr M den Tag verwechselt weil in den Unterlagen der Baufirma der Vorfall nicht verzeichnet war und außerdem ein Zeuge das Kennzeichen falsch abgelesen hatte wurde das Verfahren eingestellt in seiner Beschwerde konnte Herr M verschiedene Fehler dieser Einstellungsverfügung aufzeigen das führte dazu dass die Generalstaats Landwirtschaft zwar nicht mehr davon ausging die Tat habe sich gar nicht zugetragen nunmehr aber den Herrn M auf den Privatklageweg verwies das heißt die Staatsanwaltschaft hatte kein Interesse diesen Vorwurf zu verfolgen immerhin eine Körperverletzung und der Herr M hätte auf eigene Kosten hier eine Klage führen müssen was natürlich wenig Sinn macht und so es nicht gekommen ist ja im Beitrag steht noch aktuell das ist schon gar nicht so aktuell beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit der Frage ob Herr M der in der DDR aufgewachsen ist jüngst in Stuttgart Polizeibeamte beleidigt hat als er kritisierte die Polizeiarbeit mit Stasi Methoden darüber könnte man ja vielleicht diskutieren über diesen Vorwurf Soviel mal zur Justiz denn sonst kommen wir nicht mehr zum Untersuchungsausschuss deshalb möchte ich da aus meinem Beitrag auch noch was vorlesen mit der Überschrift parteiische Untersuchung zweifelhafte Regierungszeugen die Erfahrungen mit dem Untersuchungsausschuss machten mich neugierig auf den Ablauf seiner Sitzungen daher nahm ich als Zuhörer an der Sitzung teil in der einige Mitglieder der damaligen schwarz-gelben Landesregierung als Zeugen vernommen wurden dabei war ich zum einen fassungslos über die parteiische Verhandlungsführung des Vorsitzenden zum anderen darüber wie sich die angebliche Elite unseres Landes präsentierte es geht dabei um den Untersuchungsausschuss zum schwarzen Donnerstag nur zum Verständnis wenn zum Beispiel der Justizminister und stellvertretende Ministerpräsident Dr. Ulrich Goll erklärte er habe sich um den Polizeieinsatz nicht gekümmert weil es nicht sein Bier gewesen sei vom Polizeieinsatz habe er durch einen Anruf seiner Parteikollegin Homburger aus Berlin erfahren war dies für mich weder nachvollziehbar noch mit seinen Amtspflichten vereinbar Davon dass Teile mancher Zeugenaussagen falsch waren bin ich heute mit den inzwischen gewonnenen Erkenntnissen noch mehr als damals überzeugt bezüglich des damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus führte dies zur Erstattung meiner Strafanzeige gegen ihn wegen falscher uneindlicher Aussage dabei ging es im Wesentlichen um die Aussage der Termin des Polizeieinsatzes habe nichts mit der geplanten Regierungserklärung zu tun gehabt da einige Zeugen schlüssig das Gegenteil bekundet hatten ging ich mit meiner Erfahrung als langjähriger Staatsanwalt und Strafrichter davon aus die Aussage des Ministerpräsidenten sei falsch gewesen dem schloss sich allerdings der damalige Oberstaatsanwalt Häusler nicht an der das Verfahren einstellte meine Beschwerde hiergegen blieb erfolglos aktuell ist zu fragen ob es Sinn macht angesichts hierzu neu aufgetauchter Dokumente nochmals Anzeige zu erstatten das ist jetzt in der Tat überholt dieser Satz von mir dem genau aufgrund meiner ursprünglichen Anzeige wurden inzwischen Anwicklung gegen Markus und zwei andere eingeleitet genau gegen die die ich in meiner Strafanzeige aufgeführt hatte also manchmal kommt die Maschinerie doch noch in Gang und ich bin jetzt mal gespannt wie das weitergeht mit dem Ermittlungsverfahren jetzt müssen jetzt müssen sie auch muss ich inzwischen noch mehr die Aussage des damaligen Innenministers Herribert Rech bezweifeln wonach der bürgerliche Widerstand gegen Stuttgart 21 nicht von der Polizei beobachtet werde insbesondere keine V-Leute oder verdeckte Ermittler eingesetzt würden später habe ich Kenntnis vom Rahmenbefehl Nummer 2 des Innenministeriums der neuen grün-roten Landesregierung vom 20. 12. 2011 erlangt der die Bespitzelung und Überwachung des gesamten Widerstands auch harmloser Bürger anordnet und der ausdrücklich Bezug nimmt auf den Rahmenbefehl Nummer 1 vom 19. 7. 2010 welcher dieselben Anordnungen getroffen hatte also auch zum Zeitpunkt der Vernehmung des Zeugenrechts galt Aufgrund der genannten Rahmenbefehle wurden und werden beispielsweise auch nicht öffentliche Treffen einzelner Gruppen erfasst zum Beispiel Ärzte und Psychologen gegen S21 Unternehmer gegen S21 Senioren gegen S21 Erstaunlich fand ich auch die Tatsache dass ein Ausschussmitglied selbst an einem Treffen des Ministerpräsidenten mit Polizeibeamten teilgenommen hatte über dessen Verlauf der Ausschuss Beweis erhob das heißt dieser Abgeordnete und Mitglied des Untersuchungsausschusses hat eigentlich Zeugen befragt dazu wo er selbst dabei war und musste sich ja dann ein Urteil bilden über diese Aussagen der anderen obwohl er wie gesagt ja eigentlich selbst Zeuge war das ginge bei einem Gericht überhaupt gar nicht im Zusammenhang mit dem Vorwurf der falschen uneidlichen Aussage geht es um die rechtliche Einordnung der Tätigkeit eines Untersuchungsausschusses die entsprechenden Vorschriften lauten § 153 Strafgesetzbuch wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch aussagt wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft und dann gibt es eine Ergänzung § 162 2 Strafgesetzbuch die § 153 und 157 bis 160 soweit sie sich auf falsche uneidliche Aussagen beziehen sind auch auf falsche Angaben vor einem Untersuchungsausschuss eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes anzuwenden also explizit auch auf einen Untersuchungsausschuss des Landtags erst durch die Lektüre eines Kommentars zum Strafgesetzbuch wurde mir die Fragwürdigkeit dieser Strafvorschrift klar dort steht nämlich zu lesen jetzt kommt ein wörtliches Zitat da die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse überdies vielfach Instrumente parteitaktische Erwägungen unerklärte Mittel des politischen Kampfes sind fehlt ihnen auch im Verständnis der Bürger eine an Unabhängigkeit und Sachbezogenheit der Wahrheitsfindung gebundene Autorität denn wenn die Wahrheit welche die Ausschüsse ermitteln sich offensichtlich nach der Parteizugehörigkeit ihrer Mitglieder bestimmt kommt den Ergebnissen eine Richtigkeits gewähr wie sie gerichtlichen Verfahren eigen ist gerade nicht zu zum einen beanspruchene Untersuchungsausschüsse eine quasi justizielle Legitimität die sie durch die offene Interessengeleitetheit ihrer Amtsführung aber gerade untergraben zum anderen wird die Strafjustiz dadurch tendenziell instrumentalisiert das habe ich jetzt zitiert aus einem Kommentar zum Strafgesetzbuch demnach kann es mit der Objektivität eines Untersuchungsausschusses nicht weit her sein eine niederschmetternde Erkenntnis der ich mich allerdings aus eigener Anschauung anschließen muss hatte ich doch auch Gelegenheit an zahlreichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses zum sogenannten NBW Teilzunehmen und wie gesagt heute zum Untersuchungsausschuss Fortsetzung Teil 2 zum Schwarzen Donnerstag An der Stelle möchte ich es mal bewenden lassen ich könnte jetzt noch viele andere Dinge vorlesen zu anderen Punkten aber das wird zu viel und Sie sollen ja auch noch Fragen stellen später Dankeschön Ja der Dieter Reicherter war heute auf einer Veranstaltung von der ich behaupte dass es sie gar nicht gäbe ohne die Arbeit die er und zwei drei andere geleistet haben bohren 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 recherchieren und wenn man dann noch jemanden findet der daraus Öffentlichkeit macht dann kann es helfen nichts hilft nichts hilft nichts hilft einfach nur neue Regierungen zu wählen das erleben wir seit drei Jahren und um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben wie wir wahrscheinlich alle vor drei Jahren so drauf waren was wir für Erwartungen hatten dem gegenüber was nach 58 Jahren CDU davon gab vom Platz gestellt und jetzt kommt da was anderes alle die Fragen die da offen waren vom schwarzen Donnerstag und von Stuttgart 21 und alles drum und dran hätten wir uns das vorgestellt dass wir heute hier sitzen und genauso gescheit sind oder ungescheit sind wie was damals war wie im Leben deswegen zurück ins Jahr 2011 in den April 2011 da war die Wahl gerade mal drei Jahre vorbei diese Woche haben wir das dreijährige Regierungsjubiläum von Grün-Rot und ich lasse jetzt einfach mal so von einer Veranstaltung die damals in der Hospitalkirche stattgefunden hat und Ihnen wird sicher das eine oder andere sich auftun an Fragestellungen die da eigentlich schon in der Hoffnung halt formuliert sind dass es sich bald am Ende bis der Balken sich biegt biegt er sich biegt sich der Balken an den auch in diesem Gotteshaus der gekreuzigte genagelt ist biegt er sich bei drei Meter unter und vier Meter vor dem Kruzifix der Stuttgarter Hospitalkirche einer steht und lügt dass sich die beiden wie Eberhard Schwarz ist als Pfarrer ein berufserfahrener Mann und auch als Organisator und Moderator kirchlicher Veranstaltungen ist der Mann eigentlich ein Profi aber diesmal hat er einen Fehler gemacht er weiß dass selber und hisst die weiße Fahne noch während er die Zuhörer in den besser als sonst gefüllten Kirchen Bänken begrüßt wenn es nicht geht sagt Seelsorger Schwarz dann muss die Veranstaltung abgebrochen werden noch fünfmal wird er mit dem Abbrechen der Veranstaltung drohen um sie dann tatsächlich abzubringen es ist Dienstag der 5. April 2011 sechs Monate und sechs Tage sind vergangen seit dem 30. September seit dem Schwarzen Donnerstag als ein Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten einen anderen Verlauf als vorgesehen gelungen hat die Bilder davon gingen um die Welt seither ist in der Stadt nichts mehr wie es einmal war sogar die Regierung haben sie abgewählt fünf Monate und 27 Tage danach Siegfried Stumpf der Stuttgarter Polizeipräsident hat diesen Einsatz höchstpersönlich selber geleitet und hinterher ohne zu zögern auch die Verantwortung dafür übernommen dass er spektakulär schief ging jetzt steht er da in einer der wichtigsten Kirchen dieser Stadt mit dem Rücken zum Kruzifix und versucht ein Kurzreferat zu halten über wie viel Sicherheit braucht unser Zusammenleben das interessiert aber unter den Zuhörern keinen die wollen hören was Stumpf darunter eigentlich versteht unter diesen Verantwortung übernehmen der Pfarrer Eberhard Schwarz hat in der Gesprächsreihe Stuttgarter Profile Leute zu Gast in seiner Kirche die Zitat kreative Köpfe Kritische Geister Tüftler und Querdenker sein sollen Stumpf ist nichts von allen Denken sogar sein Referat belegt das solange sie ihn reden lassen dann sagt er einen Satz den er überall auswendig sagt und als Polizist sicher auch so meint den alle anderen hier aber anders verstehen Aufgabe der Polizei sei es zu gewährleisten dass wir morgens sein Haus verlasse dieses abends unversehrt wieder betreten können bei unversehrt gehen die Emotionen hoch und sind danach nicht mehr zu bändigen am 30.9. haben hunderte morgens ihr Haus verlassen und sind abends heimgekehrt versehrt verprügelt von Polizeiknüppeln geblendet von Weizgas Windel weich geschossen Wasserlaufen vor allem aber verletzt in der Seele im Glauben an Gerechtigkeit Dietrich Wagner sitzt in der zweiten Bankreihe vielleicht vier Meter von Stumpf entfernt und schaut in die Richtung aus der Stumpfstimme an sein Ohr dringt sehen kann der 67 jährige sein Gegenüber nicht wirklich Wagner ist fast blind seit jenem 30. September das berühmte Foto von ihm das ihn mit blutenden und bereits erblindenden Augen hilflos in den Armen zweier Helfer zeigt kennt die halbe Menschheit Wagner kennt es nur aus Erzählung wie auch das Video auf dem er noch sehnt sich vor den Wasserwerfer stellt und die Arme ausbreitet Wagners Haltung kurz bevor ihn mit 16 Bar der Strahle aus der Kanone des Wasserwerfers traf war die des Mannes der weiter hinten im Kirchenraum an dem Balken hängt der sich biebt es gibt auch ein Video das den pensionierten Bauingenieur Dietrich Wagner zeigt wer Minuten vor seinem Unglück weniger demütig mit Kastanien in die Richtung der Polizei warf unter anderem mit diesem Video haben Siegfried Stumpf und die Seilen zu beweisen versucht dass die Gewalt an jenem schwarzen Donnerstag zuerst von Demonstranten ausging und bis heute sieht sich der Polizeipräsident deshalb im Recht Sie hätten doch bloß aus dem Weg gehen müssen sagt Stumpf zu Wagner Da ist die Kirche längst zu zweitrücken im Leeren das ist gut so Die meisten die ihm für diesen Satz an die Grundel gegangen wären sind längst unter Protest und Beschimpfungen gegangen Und dann wird bald auch endgültig Schluss sein an diesem Abend dann wird Wagner von Freunden aus der Kirche geführt Stumpf wird zum Mindereingang geleitet wo ein Polizeifahrzeug auf ihn wartet Es war die erste Begegnung der beiden Männer Es wird nicht die letzte bleiben offen alle die auf Wagners Seite stehen Wenigstens einmal noch sollten sich beide treffen vor Gericht Stumpf hat die bis dahin als Stuttgarer Linie bekannte Linie der Deeskalation bei Polizeieinsätzen am 30. 9 ohne polizeilichen Anlass verlassen Er hat es getan ohne zuvor die Öffentlichkeit zu informieren ohne zu sagen ab morgen ist ernst Niemand hätte sich in der Pose von Jesus Christus sonst vor einem Wasserwerfer gestellt auch die nicht vielen Fragen hat sich Siegfried Stuhl nicht stellen müssen weder an diesem Abend noch überhaupt seit dem 30. September Er war von Rückendeckung nach gerade umzimmelt Das vorgesetzte Innenministerium das im Vorfeld des Einsatzes außen vor fand alles in Ordnung Der Ministerpräsident der im Vorfeld alles andere als außen vor sprach das Vertrauen aus Der Landtag der einen Untersuchungsausschuss einsetzte kam mehrheitlich zu dem Ergebnis dass es nichts zu kritisieren gab Die Staatsanwaltschaft bei der Anzeigen gegen Stumpf einging schlug die Amiklin nieder Es gab auch Rücktrittsverderungen gegen Stumpf Vier Parteien im Stuttgarter Gemeinderat und auch die Landtagsgrünen forderten das und es gab sonstige Ergumisse die Dienstaufsichtsbeschwerde beispielsweise verfasst von einem pensionierten Richter der zufällig im Flussgarten war als die Lage eskalierte Die Interviews in denen ihn sein Vorvorgänger als Leiter der Schutzpolizei ganz fürchterlich abgebostet hat in Empirte Stellungnahmen von Einsatzbeteiligten Beamten die offen soweit sie aus anderen Bundesländern herangezogen worden waren oder anonym soweit sie Stumpf als Vorgesetzten zu fürchten hatten den Leiter des Einsatzes vom 30.9. Harsch kritisierten und immer wieder eher zwischen den Zeilen als in Leitartikeln der Vorwurf er Stumpf habe sich und seine Beamten instrumentalisieren lassen für die Wahlkampfzwecke eines Ministerpräsidenten der desto häufiger unter Muskelkrämpfen litt je öfter er den Statenmann markierte trotzdem wurde nach dem Einsatz vom 30.9. 2010 zunächst öffentlich gar über seine Beförderung spekuliert Chef des Landeskriminalamts sollte er werden auch wenn hinter vorgehalten dazu gesagt wurde dass es dabei eigentlich nur darum gehen aus dem Schussfeld zu gehen das sagen Leute die Stumpf gut kennen wäre die Krönung eines Bilderbuch Karrieristen gewesen Stumpf bewarb sich als 16 jähriger bei der Bereitschaftspolizei in Lahr 1970 ließ er sich nach Stuttgart versetzten und schon einige Jahre Streifendienst im Großstadt rücken dann der zweite Bildungsweg auf Polizeiakademie Schritt für Schritt ging es nach oben Inspektionsleiter schließlich Leiter der Stuttgarter Schutzpolizei ab dem Jahr 2000 durfte stumpf nach der Stuttgarter Kriminalpolizei vorstellen ohne jemals Kriminaler gewesen zu sein wurde 2003 Chef der Polizeidirektion Beutlingen 2004 Landeskriminaldirektor im Innenministerium schließlich 2006 Polizeipräsident von Stuttgart ein Job den vor ihm ausschließlich unter einer Ausnahme nur promovierte Juristen ausgebild hatten stumpf hat mittlerweile Reife aber eben auch jede Menge Eigenschaften die in solchen Hierarchien geschätzt werden zum Beispiel Loyalität gegenüber Vorgesetzten bis hin zur Selbstaufgabe und vor allem anderen er hat das richtige Parteibuch das nützt ihm jetzt nichts die CDU wurde am 27 März nach 58 Jahren der Regierung vom Volk einfach so mal abgewählt von Rückendeckung und Zill von Magen Mappus oder der vorgesetzte Innenminister der wohlwollende Minister der Justiz alle weg niemand wird ihn jetzt nur zum NKA befinden damit muss er rechnen auch damit dass ihm die CDU fallen lässt wie eine heiße Kartoffel in die Partei erst mal Mappus fallen lassen hat weil sie vielleicht doch noch begreift wer ihr die Wahl verloren hat letztlich nämlich nicht das Abdeben in Japan sondern der schwarze Donnerstag und ein sinnfreier Bahnhofsbau in Stuttgart für den er der Einsatzleiter Stumpf 1.200 Polizisten in die Schlacht geschickt hat gegen 1500 Schüler ohne selber vor Ort zu sein sogar phasenweise ohne telefonisch erreichbar zu sein eine Schlacht für die er noch nicht einmal Sanitäter bestellt deren einziges ziel wie er später erst erfuhr illegale Abholzung von zwei Dutzend Bäumen war seither müssen sich Polizisten auch von anständigen Bürgern dieser Stadt zurufen lassen sie seien Kinderschläger eine Schlacht übrigens die keine geworden wäre hätte stumpf den Einsatzbeginn auf 3 Uhr morgens festgelegt dass er es nicht tat sondern den ursprünglich auf 15 Uhr des 30. 9. terminierten Einsatz sehr kurzfristig und Stunden vorverlegte auf einen Zeitpunkt zu dem in 500 Meter Entfernung vom Schlossgarten eine genehmigte Schöner-Demo lief belegt für viele den Verdacht dass er der Politik und ihrem Handlanger das ist der Politik und ihrem Handlanger stumpf darum ging bestimmte Bilder aktiv zu erzeugen die wenige Tage vor dem 30. 9. von Ministerpräsident Mappus erhobene Behauptung wonach sich der Widerstand gegen Stuttgart 21 zunehmend radikalisiert und sich darin immer mehr Gewaltbereitschaft zeige wo von stumpf zwar wortgleich nachgebetet irgendein Beweis dafür sind allerdings beide bis heute schuldig geblieben jener pensionierte Richter der Dienstaufsichts Beschwerde gegen ihn stellte hat inzwischen auch Mappus angezeigt wegen unheitlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags wer das liest und über ein wenig logisches Denkvermögen verfügt weiß er eines was einer einer von beiden gelogen hat vor dem Ausschuss Mappus oder Stumpf Stumpf und sechs andere Zeugen sieben Mann bezeugten dass der Ministerpräsident Mappus den Polizeipräsidenten Stumpf kurz vor dem 30. 9. in den Amtssitz Villa Weizenstein einbestellte und seine freundlich formulierte Erwartung äußerte dass bis zur Regierungserklärung die er am 4. Oktober zu halten Gedenke das Problem gelöst als er der Saustall im Schlossgarten geräumt zu sein habe Mappus leugnet den Vorruhen unbestritten bis heute ist dagegen dass zwei ranghöhere Kolizisten als Stumpf diesen vor diesem Einsatz warnten Dietrich Wagner hat sich solange die Veranstaltung läuft nicht im Griff immer wieder wird er laut ruft er zwischen und reden dürfen erst am Ende als Stumpf längst auf dem Heimweg ist berückte sich und äußert sogar Respekt immerhin sagt Wagner habe Stumpf den Mut gehabt sich hierher zu begehen bis er wieder trifft kann der halbblinde Mann darüber noch mal nachdenken und wenn er Stumpf wieder trifft vor Gericht könnte er ihn beispielsweise folgendes fragen ob Stumpf auch dafür die Verantwortung übernimmt dass jener Polizist der die Kanone des Wasserwerfers bediente ihm ins Gesicht gezielt hat anstatt auf andere Körperstellen die einen Mann zumal mit 16 Bar Druck auch kampfunfähig machen aber nicht blind für den Rest seiner Tage 16 Bar Druck ist ganz knapp vor Volllast 16 Bar Druck ist das was Polizei nach dem Gesetz nur in einem einzigen Fall einsetzen darf im Falle der Selbstverteidigung wer weiß was Dietrich Wagner noch geschrien hätte an diesem Tag und dieser Kirche hätte er gewusst dass just am selben Tag die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Verfahren gegen ihn wegen Versuchter schwerer Körperverletzung sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt eingestellt hat der Mann hieß es in der offiziellen Verlautbarung der Strafverfolgungsbehörde sei ohnehin bereits hart getroffen und eine Strafverfolgung wäre der Rob also verfägt in Wirklichkeit konnte die Staatsanwaltschaft nichts beweisen vor allem nicht den von ihr behaupteten und natürlich von einem Polizisten bezeugten Wurf Wagners mit einem faustgroßen Stein gegen einen Wasserwerfer kein Kratzer keine Delle war an dem Fahrzeug zu finden und selbst wenn dann wäre erst noch zu klären gewesen ob ein Mensch überhaupt einen Wasserwerfer am Körper verletzen kann noch dazu gefährlich erst nachdem der zuständige Richter den Zeugen Anklage gehörte wie weise gesichtet hatte und sehr wahrscheinlich eine kollegiale aber deutlich negative Einschätzung zu den Prozesschancen gegeben hatte stellte die Staatsanwaltschaft ein um es dann öffentlich als Gnadenakt darzustellen Zynischer ging es nicht Ebert Schwarz der Pfarrer der Hospitalkirche hat an diesem Abend weder sich noch seiner Kirche noch sonst jemandem einem Gefallen getan die Annahme die Kirche könne gesprächshalber vermitteln an eben jener Stelle an der der tiefste Graben verläuft der eine Stadtgesellschaft nur trennen kann sei unfassbar naiv sagt einer der unter lautem Schimpfen früh gegangen ist und vor der Kirche das Gespräch mit anderen aufzunehmen die es auch nicht mehr aushalten konnten bevor Gespräche mit den Tätern sinnvoll sind sagt der Mann müsse erst der Staat urteilen über die Täter und ein anderer der Kirchenmusiker ist wenn viel musiziert hat in dieser Hospitalkirche gibt ihm recht für mich ist dieser Platz seit heute entweit beträgt je öfter ihn und stumpf empörte Zwischenrufe unterbrechen schlägt sich drinnen der Pfarrer Schwarz immer mehr auf die Seite seines Gastes am Ende wird er dem verbliebenen Rest anzuhören und sagen ich wünsche ihnen dass sie nie so eine Hetzjagd gegen sich selbst erleben müssen wie das Herrn Stumpf geschickt hätte schwarz Augen auch hinten am Kopf und Ohren und so Hören hätte er genau in dem Moment eine Erscheinung gehabt drei Meter über und vier Meter hinter ihm knarzte erst und bog sich dann ein ganz bestimmter Ball Nachsatz exakt drei Wochen nach der Veranstaltung der Hospitalkirche reichte Siegfried Stumpf seinen Rücktritt als Polizeipräsident aus gesundheitlichen Gründen ein und wurde zum 30. April 2011 in den Ruhestand versetzt welche gesundheitlichen Gründe ihn zu diesem Schritt veranlasst hatten blieb unerwähnt Ja wir dürfen Ihnen rein Herr Bartle Herr Reicherter Herr Lang noch mal ganz ganz herzlich danken dafür wie eindrücklich Sie jetzt Beispiele geschildert haben von politischer Justiz in unserem Land Wir haben jetzt in unserer Veranstaltung Christian du hast vorher gesagt eine kurze Pause vorgesehen um uns auch zu erfrischen zehn Minuten gerade angezeigt so ungefähr aber vielleicht ist es noch gestattet dass wir die Gelegenheit nutzen können Herr Reicherter Sie zu bitten drei Sätze über ihren Nachmittag heute zu sagen im Landtag das wird den ein oder anderen sicher interessieren Also es war nicht nur der Nachmittag sondern der ganze Tag ganz übertrieben man musste früh da sein um einen Platz zu bekommen ich war immerhin angemeldet um zehn ging es los und war eine kurze Mittagsbrause und aus war es drei Viertel noch drei sowas also ging eigentlich schneller als geplant ich möchte ich möchte jetzt nicht meine persönlichen Bewertungen abgeben als Richter habe ich zwar einige Fortbildungsveranstaltungen mitgemacht und könnte schon etwas dazu sagen welche sollten nach meiner Meinung gelogen haben aufgrund sogenannter Lügensignale die halt Fachkundige feststellen das will ich aber nicht tun ich bin ja nicht der Untersuchungsausschuss der das bewerten soll und muss ich möchte nur kurz sagen um was es eigentlich ging es ist mir bekannt dass es um die Frage einer politischen Beeinflussung des Polizeieinsatzes ging und da hat die eine Rolle gespielt Unterlagen die aufgetaucht sind jetzt im Vorfeld des Untersuchungsausschusses aus Polizeikreisen über interne Protokolle für eine bestimmte Besprechung da gab es dann nur das offizielle Protokoll wo diese Dinge um die es geht nicht drin standen und zwar war das eine als Tagung wurde es bezeichnet eine Tagung von Polizeiführungskräften am 10. September 2010 wo es so um die Lageeinschätzung ging wie viele Kräfte benötigt werden für all die polizeilichen Aufgaben nicht nur Stuttgart 21 sondern auch andere Einsätze und wie man das alles bewältigen will und nach dem was der erste Zeuge gesagt hat der ein sehr ausführliches Protokoll für sich selbst erstellt hatte mit der für mich sehr gut nachvollziehbaren Begründung bis das offizielle Protokoll vom Ministerium kommt dauert es immer Wochen und ich wollte es gleich an meine Untergebenen weitergeben hat also sehr ausführliche handschriftliche Notizen gemacht und sofort dieses Protokoll für sich geschrieben und an seine Untergebenen weitergeleitet und ich denke es kam plausibel rüber wie er das erklärt hat und da ging es dann darum dass der Polizeipräsident Stumpf von dem wir jetzt gerade einiges gehört haben sein Herz etwas ausgeschüttet hat unter Kollegen er hat ausdrücklich gesagt das sind absolut vertrauliche Informationen und da ging dann Stumpf zum Beispiel auf das ein was dann auch durch die Presse jetzt geistete da ging es um einen Bagger der zum Nordflügel wegen des Abrisses gebracht werden sollte und da war es so dass laut Stumpf eigentlich eine Woche später dieser Bagger da gebracht und eingesetzt werden sollte und in dem Zusammenhang habe dann Markus gesagt wenn es die Stuttgarter Polizei nicht macht dann hole ich mir Truppen aus anderen Bundesländern also es kam so jetzt ganz einleitig rüber weil der Polizei Beamt das eben so notiert hatte was mich total geschockt hat einfach weil ich ja von der Justiz komme und was von Gewaltenteilung halte war die weitere Aussage dass es zwei Ebenen in der Verantwortung gab bei den ganzen Polizeieinsätzen und bei dem wie man vorgeht und zwar einmal eine Leitungsebene oben da sage ich gleich was dazu und zum anderen die andere Ebene eben die exekutive die operative Ebene wurde das genannt also sprich die Polizei von ja vom sozusagen einfachen Polizisten bis dann zum Landespolizeipräsidenten diese Ebene ja und da kam jetzt ganz deutlich zum Ausdruck der Zeuge hatte sich die Namen notiert als Aussage von Stumpf bei dieser Tagung damals dass in der oberen Leitungsebene Mappus Mappus Fönner Drexler und Grube zum Beispiel saßen es viel noch mehr Namen aber die sind denke ich die wichtigsten und ich glaube da muss man schon erschüttert sein denn es ist klar mit dieser Gewaltenteilung wenn ich jetzt also ich darf mir es erlauben als ehemaliger Eslinger den Herrn Drexler da namentlich anzusprechen als Landtagsabgeordneten und Vizepräsidenten des Landtags wenn er hier in Aufgaben der Exekutive das ist der Fachausdruck für die ausführende Gewalt also in Aufgaben der Polizei da eingegriffen haben soll da mit beraten haben soll und wenn ein Herr Grube der ja überhaupt gar nichts mit dem Polizeieinsatz zu tun hat da in die Führungsebene eingegliedert wurde und Frau Gönner Markus ja das ist das was man ja schon vermutet hatte aber das ist sind schon Dinge die eigentlich unfassbar sind so möchte ich sagen und das was der Herr Stumpf übrigens über uns ich sage es einfach mal uns wir und uns da geschildert haben soll wie schlimm der Widerstand in Stuttgart ist auch das war eine Schattierung die man sich so glaube ich nicht hätte vorstellen können also ich habe mir ein paar Dinge notiert er hat die Lage dargestellt dass alles so schlimm sei da im Schlussgarten und beim Widerstand vom schwarzen Block geredet der da tätig sei und dass hier Leute Seile spannen um Pferde und Polizeibeamte zu Fall zu bringen und dass die Leute immer gewaltbereiter werden also das war so seine Schilderung gegenüber den Polizeibeamten was dann noch natürlich sehr wesentlich ist der Herr Stumpf hat sich demnach auch mit dem Thema befasst was denn jetzt ist wenn unterschiedliche Vorstellungen geäußert wurden zwischen dieser operativen Ebene der Polizei und der Leitungsebene der Politik wenn man jetzt mal Grube mit reinnimmt zur Politik und da habe ich Stumpf gesagt ja das sei halt dann so dass von der Leitungsebene die Vorschläge der Exekutive vom Tisch gewischt werden das war jetzt wieder ein wörtliches Zitat vom Tisch gewischt also die anderen ja was sonst noch kam das muss ich jetzt nicht alles wiederholen aber es gab also noch eine Aussage die in die Richtung ging und was vielleicht bei den anderen die später noch vernommen wurden die zur Besprechung selbst nicht mehr sehr viel sagen konnten aber da die Kollegen unterrichtet haben da war es dann immer so dass man davon gesprochen hat dass klar sei dass die politische dass hier politische Entscheidungen fallen und dass man sich danach richten müsse so zusammengefasst das wäre eigentlich das Ergebnis jetzt eines ja guten halben Tages und ich bin jetzt echt gespannt wie es weitergeht also wenn da zu Fragen sind können wir gerne nachher auch noch drüber reden ja herzlichen dank noch mal auch für diese aktuelle info und mir ist jetzt in ihren schilderungen gesprächen stellenweise also auch heiß und kalt und rücken runter gelaufen und jetzt haben wir uns denke ich die zehn minuten pause verdient bis nachher nachher schilderungen schildern schon h Untertitelung des ZDF, 2020